Warte, ich pinge an. Ich sage, wir versuchen es hier. Wir versuchen den Boss da zu klären und schön Sniperino und dann versuchen wir den Wind zu holen, Alter. Junge, du bist auch schon Level 155, haben wir nach. Ja, kommt leider mit. Also ich suchte zwar ja, aber momentan, also in der Woche darf ich so viel zucken. Heute Ausnahme oder was? Ja, heute also, das war jetzt keine Ausnahme, weil heute hatte ich, also unsere Lehrer hatten, wie heißt das? Fortbildung, genau. Ich gehe hier direkt ins Haus rein, hier durchs Fenster. Okay. Ich habe hier direkt deine Pond. Ich muss sie schnell nehmen, ich kann sie dir gleich geben. Alles gut, nimm sie und mach alles weg, was geht. Ich kann sie selber suchen, du brauchst mir nicht geben, alles gut. Okay. Mein Gott. Sie geht weg hier. Dieses Drecksgeschütz. Du kannst hier gerne deine Waffe abgeben, ich habe meine gefunden. Alles gut, ich habe eine goldene Pamp. Oha. Hier ist man direkt der Boss. Digga, wo ist denn hier die Treppe, Mann? Das kommt nicht aus deinem Video. Meine Schwester hat doch gesagt, wir mussten uns so kaputt lachen. War so witzig. Aber er hat auch gefühlt. Einer noch. Hier ist noch einer bei mir. Oh, Digga, ich habe ihn so low gehauen. Eminem ist das hier oben. Bumms ihn, bums ihn, bums ihn. Er ist so low, er hat mit der goldenen Sniper 120er gekriegt. Oder so. Willst du einen Biggie? Alles gut, ich habe noch einen Mini. Hol ihn dir. Versuche ihn zu snacken. Er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt hinter dir, ja? Digga, er ist übelst lost. Den kannst du, glaube ich, snacken. Der ist nicht so guter Typ. Sehr schön, hol mich schnell. Einnehmen. Scheiße. Egal, du hast meine Karte. Ui, du hattest die Pannen. Ja, Mann. Hier. Goldene, Alter. Das ist mein Lieblings. Die ist geil, ja, Mann. Die feiere ich auf. Aber auch nur, weil die übelst geil einen Headshot-Schaden gibt. Wenn die trifft, dann trifft halt böse, Alter, ne? Ja. Oh, ja. Da ist einer, da sind welche. Schieß dich weg. Scheiße. Am besten, wenn du hier hinläufst, oder so. Wohin? Roter Ping. Links von dir. Ja, da, rüber, da rüber. Ja, genau. Die kommen ja aber so schnell da her. Ja, die haben vielleicht Greifhaken, oder so, ne? Scheiße auf die, zieh einfach durch. Die machen jetzt den Boss. Ja, was ja. Mensch, doch, da wiederhole nicht, Duli. Und da, wo ich gepinkt habe, hättest du auch machen können. Aber egal. Ist hier nicht ein bisschen mehr drin? Ich wollte, ich wollte nur, dass du so, äh, möglichst weit Luft hast zwischen denen, weißt du? Oh, ja. Oh, klar. Ich lande dann hier auch direkt im Haus und versuche mich wieder zusammenzuholen. Ja, das ist hier, glaube ich. Ah, nee, das ist dieser Riff am Bus bin. Ja, das ist hier, glaube ich. Ja, das ist hier, glaube ich. Ja, der Riff ist gleich weg. Dankeschön. Gerne. Ja, der hat mir einfach den Kill genommen. Ja, ich kann mich gar hier so heftig verstecken. Bist du da in der Pompida, oder? Alles gut. Behalte sie. Kannst ruhig mitzocken. Zone-Postabber. Oh, ja. Ich bin low. Nein, 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 die Wand geht nicht weg. Ich meine, ich kann da nicht durch. Aber das ist jetzt mein Tod. also text das ist noch glaube ich glaube ich kann jetzt hier nicht runterspringen dass mich direkt hier kann ich mit das ich habe eine piste und eine shotgun auf jeden fall ich gehe hier luten hier ist bestimmt auch ein automatik also da ist das umgelegt du bist woanders jetzt gelaufen ja ich komme sofort ich kann ich habe gute sachen ich habe gute sachen jetzt ja wenn du einen hast klar ich habe jetzt mal grüne aber mit unserem so eine post wieder ach das ist gar nicht die sniper das titel scheiß sniper keine sorge ich bin das mit dem motorrad perfekt frontflip oh ja wichtig taschenbunker hier ist noch was noch einer taschenbunker hier ist noch ein schild falls du mit schild spielen willst zone pusht wieder weiter und noch mal wie die nervt alter alles gut ich bin schon da was sagst du wollen wir hier so zusammen klar ich habe schock weil ich das will ach so oh digger baum bei mir brüche egal alles gut wollen wir uns das ding snacken ja können wir eigentlich machen auch gut die zone also dann wenn wir halt noch eine oder andere die sache rauskriegen ja ich habe mir jetzt genommen einfach nur weil sonst nichts anderes da ist ich habe nachgedacht aber das hat wortwörtlich eine million prozent keinen sinn ergeben ich wollte sagen stell dir vor null bauen mit baum ich sollte mir lieber aus dem weg gehen denk ich mal meinste ja also ich weiß nicht was für den aros ich bin aber ich würde es gar nicht testen da kwam da kommt fast ein bleiches da kommt der burst lic productions um noch mal taschenbunkлох da ist ja alles ungel съhaut man kann doch viel nehmen und sie kommen wo wir gehen weg an die kommt von der seite wollen wir uns das ding noch snacken die feiten hier direkt neben uns warte 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 ich könnte die vielleicht gleich weg snicken hier hinter dem haus halten sie ich hab mir was jetzt essen schauen mit den granaten ich habe auch eine snipe ich habe mir eine gesnackt hier ist auch dein lieblingspump ich habe sie ich habe mein lieblingspump nein den habe ich schnell weggesnackt auf ehrenbruder basis nur ein mackpick warte 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 was haben die hier für dings komm mit wir müssen hier außen rumlaufen ach so du hast einen medkit nimm das medkit mit am besten wir müssen hier außen rumlaufen du bist in die richtung gelaufen oder du bist in die richtung ich bin hier das außen rum gelaufen das ging so ich bin jetzt schon durch ja ich auch auto ach so digga sag doch ich habe ich habe mir halb in die hose geschissen komm mal her ich habe biggis ich habe drei stück alles gut ich nehme mir jetzt hier ans dann hast du verständnis okay 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 warte eine mythische waffe hast du deine pamp genommen ja 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 klar die pamp die ist direkt da alles gut alles gut warte lass mich alles nachladen hast du alles nachgeladen ich bräuchte eigentlich mal movement alter ich habe nichts für movement ich auch nicht wollen wir warte mal warte mal warte mal warte mal komm mal mit lass mal hier hoch gehen lass mal da hoch gehen weil vielleicht können wir zone vorhersehen ja ja da oh das war auch scheiße wollen wir ein auto warte ich steig ja okay gib ihm ja lawinsky mann was mach ich denn aussteig hallo hallo alles gut hallo 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 schüsse also du kannst erstmal glaube ich hier den boss schnacken machst du den boss ich gucke Ja, hab ich Aktiviert, die sind da hinten bei Dings Hauptaktiviert Hauptaktiviert Ja, Mann, ich hab einen weggeholt Nice Ich kann ja erstmal schon mal hier in diese Stelle messen Ja Und Tassenbunker hab ich auch noch Wir sind so vorbereitet für den Entfernung Medaille, jeden für uns Dann haben wir jetzt Tassenbunker Das ist so gut Hier auf Fügel Ja, warte Wir werden auch für die Zonen jetzt Sehr gut Ja, und werden Also besser geht's Ich kann noch hier im Bunker playen Wir werden in zwei Zonen dafür Ja, da rechts sind Shots von, äh, 126 Ja, ich hab wirklich Okay Kannst hochkommen Okay Richtig heftig jetzt Dann Sniper jetzt Alles, was du hast, Alter, Snipern Ja Oh, wir können... Guck mal, hier ist die Zone direkt Und wir haben noch vorhersagen, es gibt gleiche Zonen Ja, Mann Wo sind sie? Da rechts Da sind irgendwelche Aber pikt nicht zu viel Ich weiß nicht genau Ob die auch so Ob die nicht Auge machen, weißt du? Ja Sonst geh ich erstmal hier schon drauf an Ich hab noch zwei Minis, scheiße Digga, wir müssen eigentlich, wenn die Zone kommt, direkt moven Aber ansonsten wird das Kernschrott Wir haben noch Zeit, wir können die Zeit ausnutzen Mh, mh Machen wir einfach hier mal gucken Ich will nur den Highground nicht verlieren, weißt du? Ich lauf hier so über den Hügel Ich, ich nutze noch ein bisschen kurz aus, weil wir Sachen... Okay, okay Ja, egal, einfach hier Mach auch entspannt Das wär gut gut, wenn man die Taschenmittel abbauen könnte Und dann sie wieder in der Tasche hat Ja Das wär gut gut Ich hab noch drei, das müsste ja auch sein Hier ist noch ein Biggie Boah, da könnte ich jetzt noch... Oh mein Gott Hinter mir Ob wir nicht vollstehen Der wird einfach wieder angeschript Digga, ich treffe ihn nicht Oh mein Gott, sind doch... Meiner noch! Digga, ich brauch dich hier, ne? Einer noch hier hinter... hinter dem Dings Okay Die fighten da Die fighten da Wenn es auch von Kompressen auf feststehen Ach scheiße, ich bin runtergesprungen Ich bin in die nächste Zone Über uns Über uns Ich hab ihn 116 auf Ja, ich möchte mich schützen Ich muss hier Bonk ablesen Alles gut Alles gut Alles gut Mach auf Chill Die scheiß nächste Zone ist bei denen da oben Wir müssen eigentlich hoch Weiße Wollen wir pushen? Ja, lass hier rum Bisschen außen rum Einer down Nice Ich lebe hier rum Ja, die sind hier nicht mehr Warte, warte Bleib da, bleib da, bleib da Mach auf Chill Die schießen da hinten irgendwo Hier unten Hab einen noch Hab sie Gönn dir, gönn dir, gönn dir Jetzt auf entspannt Schüsse auf uns Ich weiß noch nicht von wo Von wo? Die feiern, äh, die feiern hier unten Lass snacken schnell Ja! Ja! Hab ihn! Den kleinen Huh Ich darf nicht fluchen vor dir Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja!